Also CommuniCall nimmt mir sehr viel Arbeit ab im Moment und zwar gerade bei der Akquise von neuen Kunden. Sehr zeitaufwändiges Thema, wofür wir im Moment keine Zeit haben. Insofern sind wir froh, dass wir das wegdelegieren können und wir haben da effizient eine Zeitersparnis damit. Den einen Nutzen habe ich ja genannt, das ist die Zeitersparnis, die wir definitiv haben und die kontaktierten Zielgruppen wissen sofort um was es geht. Das heißt, wir haben da wirklich wenig Arbeit damit zu erklären, was wir machen, wenn wir sind. Vielen Dank.